Hallo, na, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Platin, Diamond, Pearl, A. Zumindest nach einer halben Folge, denn es ist die nächste Kampffolge. Richtig, wir hauen uns... Mal sehen, ob Flo uns wieder so abzieht. Ach, ich bin mir auch nicht so sicher. Uns wieder so abzieht. Aus meiner Sicht habt ihr beide mich wieder so abgezogen. Oh, ehrlich. Oh, man. Ja. Ich glaube, wir machen es einfach wie letztes Mal. Oh, Gott. Welches Level-Kipp haben wir dieses Mal? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist immer noch 15. Ich habe es jetzt nicht umgestellt. 20. 20. Ist wahrscheinlich in Fünfer-Schritten, kann das sein? Ja. Oh, Gott. Ja, das ist jetzt natürlich ein Ding, wenn du den drin lässt. Der ist Käfer-Gift, das weißt du, Flo. Der ist nicht flug. Ja, ich meine, das ist ein Ding in positiver Sache. Aha. Es tut mir so leid, Mann. Oh. Gift Shock. Was? Gift Shock? Aha. Komm, vergifte ihn. Da macht es noch ein bisschen Schaden. Gift Shock hat bei mir jetzt noch keinen Pokémon vergiftet. Ich weiß nicht mal, ob es das kann. Wenn es da steht, kannst du das. Weiß ja nicht. Hast du den Gift? Hast du den Gift-Puder oder Gift-Attacke vergiftet? Nee, das habe ich vorher verlernen für Gift Shock. Scheiße, weil Gift Shock wäre dann doppelt so stark. Oh, das ist voll. Voll lolololol. Ich darfst du keine Franken nutzen, ne? Nein, keine Ahnung. Mann, das tut mir echt leid. Aber warum? Ja, warum ist gut? Nein. Mondschein aller, jetzt geht's ab. Och, nee. Jetzt geht's ab. So ein nerviger. Das macht mehr. Gift Shock, Gift Shock. Scheiße. Gift Shock. Gift Shock. Wieso macht Gift Shock jetzt mehr? Nicht mehr verwirrt, schade. Ach, wenn er verwirrt ist, macht Gift Shock mehr Schaden, oder was? Nein, nein, aber Gift Shock. Was? Gift Shock ist aber stärker als es andere, deswegen. Ach so. Oh, das könnte knapp werden hier. Knappes Gerät. Oh, nein. Das ist jetzt die Frage. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Knapp, knapp. Oh, jetzt kommt Dünger. Dünger. Das tut mir echt leid, weißt du was? Nein, echt. Ach man. Warum tust du dir leid? Hä? Mein Gott. Wir. He, he. Selber schuld. Warum? Weil du nicht Synchrohaar. Weil du auch paralysiert bist. Ah. Ach, sorry. Ich bin echt lang. Und beginnend. Ich geh mich noch kurz heilen. Was? Kurze Feuer anfängt. Muss ich mich nicht heilen? Nein. Oh shit. Ich guck mal, Marvin zu. Ist das vielleicht mein erster Punkt? Man weiß es nicht. Die Frage. Oh nein, das ist ja Psycho. Das Problem ist, dass der andere Typ Feuer ist. Der haut dich halt noch mehr aus dem Leben. Beide von dir. Sag's mir. Aua. Aua. Weh so du. Stinker du. Oh, das macht aber echt wenig Schaden. Aber das tut mir leid. Ich werde es nicht schaffen. Zu deinem scheiß Offenlegung. Ich habe nochmal nachgeguckt im Partner. Steht, dass das Prio hat. Plus zwei. Weit? Sicher nicht. Ich kann das nicht deuten, zumal. Prio plus zwei. Steht doch da dran. Ja, ich kann das nicht deuten. Steht doch trotzdem. Ein Echer an Offenlegung. Ja, du kommst in die Tonne, kommst du. Ab in die Tonne mit dir. Mann, das tut mir halt echt leid. Ich veröre es wenigstens noch. Ah, oder auch nicht. Ach, nö. Schön auf den Kopf. Sehr klar. Was fliegt an dir? Mit Mega-Sauger? Ich weiß ja nicht. Mega-Sauger? Ich weiß ja nicht, ob man jetzt noch was machen kann. Aber da ist noch was drin. Mit ganz vielen Hex könntest du es schaffen. Aber die Paralyse tut mir weh. Oh mein Gott. Oh, er zerschneidert mich. Oh, das tut mir nett. Oh, ich mach's ja dafür. Ich mach's mir. Aber um dich zu trösten, genauso geht's mir immer, wenn ich gegen Flo gespielt hab. Er hat mich meistens aber noch so hingezogen und hat extra sein stärkstes zuletzt genommen. Womit er mich dann trotzdem komplett aus dem Leben gerissen hat. Aber ich hatte immer kurz Hoffnung. Ah, jetzt hab ich Angst. Kritisch, 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 meine Freunde. Ich weiß nicht, wer stärker ist. Mal gucken, wer stärker ist. Also, du müsstest eigentlich das machen. Weiß ich nicht. Oh, ich hab's nicht. Aber du drittelst mich, glaube ich. Genau, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. fragt doch gar nicht wie schnell das ist floh ich hasse dich ich habe gemacht was warum bist du immer noch schneller was soll das weiß ich was hat den ruckzuck für die priorität kann ich mehr machen ich habe überlebt lebt neutral das ist ja neutral soll ich versuchen das könnte mich rennen ich versuch ich weiß nicht wie viel schaden normal machen los ich glaube an dich heidi nein ich habe nur eine chance los ich will ich kotze ins essen wir machen das hier alleine weiter aus dem freak aber wird jetzt leider ein to-getter sorry floh muss auch ganz ruhig sein ja du hast mich genauso fertig gemacht also macht uns beide fernst du es wird ruckzucki hätte ich jetzt auch nicht gedacht dass das auf einmal das macht mich halt schon wieder so aggressiv was soll da meinst du sagen wir mal ich habe nur 38 in der meditur was sagt ist die nächste arena geist ich ziehe ein anderes pokémon vor willst du wirklich ja du hast ja das mit den level das ja nicht das problem oder das ist doch ein bisschen höher das wäre 27 aber ich halte es hat erstmal zurück ja es ist im rahmen sage ich mal sage ich euch halt dann noch ein bisschen zurück und nutze es erstmal nicht aber das wird man in der arena ordentlich helfen deswegen würde ich nehmen kurz noch mal hallo ins team einfach mal wieder ins team packen ich bin ich glaube ich gehe nicht an die box oder meine pokémon drin liegen deswegen bei mir nicht das hat man gemacht mein kraft ist level 9 na gut also bis zum nächsten part da werden wir auf jeden fall unter schneider auf gut sie im team haben und das nächste teammitglied leute also ich würde sagen ihr bleibt dran und schaut bei der nächsten folge wieder rein also nicht verpassen muss jetzt mal wieder nachdem bleibt da lassen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss 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 t